so willkommen zu meinem aufgeräumten zimmer also die ganzen küsten natürlich alle noch da weil wir sind immer noch im umzug aber es sieht schon wesentlich bequemer aus mein bett ist frei mein stuhl ist frei der stuhl ist frei mein arbeitsplatz sieht genauso aus nur dass da jetzt noch ein lecker steht der auf wunderbaren lautsprechern steht also super stabil würde ich jetzt mal sagen hier sind ein paar küsten fenster hier ein paar küsten da und immer noch mein rechner der anlage ist immer noch nicht aufgebaut so da hinten hat sich noch nicht viel geändert geht aber auch noch nicht weil der tisch nur noch nicht da ist müssen wir erst noch kaufen holen whatever die anlage kann jetzt wieder richtig bumf machen da vorher nichts rum steht von daher wenn man jetzt immer reinkommt sieht es wieder aus wie ein zimmer würdchen so weit erstmal dazu endlich noch ein laptop egal so weit erstmal status bericht zu meinem zimmer ein irrenhaus